Ja, hallo und herzlich willkommen zurück liebe Zuschauer zu Rome 2 Total War und zwar zum Let's Play mit den Julian. Wir stehen ja jetzt hier vor Patavium, mir wurde aber gesagt, das ist nicht die ganze Armee, da ist nochmal so eine starke Armee und zwar ist Garnison drin. Das hat mich jetzt doch ein bisschen nachdenken lassen und mich entscheiden lassen, dass ich jetzt vielleicht doch lieber erstmal versuche hier Corsica zu befreien. Ähm, also nach Alalia zu segeln, leider habe ich jetzt wirklich gerade Lecks auf der Kampagnenkarte, aber es beruhigt sich wieder, keine Sorge. Ähm, wird halt ein bisschen dauern, ein paar Runden, bis wir dort ankommen, aber ist ja nicht so schlimm. Gleichzeitig haben wir ja hier unsere kleine Armee, bei der wir auch nochmal rekrutieren können, wenn wir wollen, aber wir haben gerade nicht das Geld dazu. Deshalb würde ich jetzt sagen, beenden wir einfach mal die Runde und schauen, was uns erwartet. Hier trennen sich unsere Wege. So spricht der Gott der Feuerschale. Also, äh, die Feuerschale von Katago hat Katago gesagt, dass unser Nicht-Angriffspakt geendet ist. Nun denn, dann ist er eben geendet. Angst haben wir deshalb noch keine vor den Katagern. Ich meine, wir wollen ja nichts von ihnen, vielleicht können wir mit denen ja auch noch im besten Fall ein Handelsabkommen oder dergleichen aushandeln. Ich will ja jetzt erstmal nicht nach Katago, eigentlich. Jetzt müssen wir halt schauen. Da im Norden sind schon starke Armeen, äh, da müssen wir erstmal gut was ausbilden. Untertan erlangt Allbekanntheit. Der Name einer eurer Untertanen ist in aller Munde. Ob sich dies als nützlich erweist, bleibt abzuwarten. Schande. So, Ligurien ist mit den Venetern im Krieg. Das passt sehr gut. Ja, genau. Sollen die sich ruhig mal ein bisschen untereinander kloppen. Magna Kregia ist die Bevölkerung besorgt und in Neapolis ist der Hof fertig. Schauen wir mal nach Magna Kregia. Warum seid ihr denn besorgt? Ein Brundisium wird ja gebaut. Was ist hier in Cosencia los? Ich glaube, wir bauen dort mal einen geweihten Boden. So, gleichzeitig haben wir jetzt hier unsere Armee, mit der wir am besten, ja, am besten immer noch hier hin sollten. Das können wir nicht tun. Weg von Parteien. Gleichzeitig können wir hier mal ein bisschen scouten. Mettlern, wie sieht's denn dort aus? Aha, aha. Da ist auch die keltische Konföderation schon am Werke. Gut zu wissen. Wie ihr befehlt. Und hier unten ist auch schon was los. In Genua ist auch noch eine kleine Armee, aber nicht so groß, die Armee von Ligurien hier. Die könnten wir uns eigentlich auch gleich schnappen. Vielleicht gehen wir erst auch Ligurien. Wie sieht's denn diplomatisch aus mit Ligurien? Schauen wir mal nach. Also, mit der Etruskischen Liga sind wir im Krieg. Ligurien ist uns gar nicht mal so abgeneigt. Hm. Was ist das denn? Naja. Okay, ähm. Mir wurde gesagt, ähm, dass Kartago, wie gesagt, dass den Nicht-Ankers-Pakt jetzt mal aufgelöst hat. Willkommen. Ich bin gespannt, eure Worte zu hören. Machen wir mal einen neuen. Nicht-Ankers-Pakt. Niedrig ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Handelsabkommen? Ja, okay. Egal. Ich glaub, die wollen grad nicht. Ist mir egal. Ähm, wir schauen, dass wir einfach Ligurien dann angreifen. Doch, das ist die beste Lösung. Ähm. Zu euren Diensten. Wir können ja hier immer noch Einheiten rekrutieren eigentlich, wenn wir genug Geld haben. Holen wir uns einfach noch ein paar Hastati. Tut ja niemandem weh. Und, äh, wenn wir hier auch noch Geld haben, holen wir uns hier auch noch was, oder? Ich seh im Moment nichts, was dagegen sprechen sollte. Ah. Es dauert hier zwei Runden. Okay. Obwohl es eine andere Armee ist. Na gut. Aber es ist dieselbe Provinz. Deshalb wahrscheinlich. Dann gehen wir mit der Armee einfach mal, äh, nach Rom rein. Verbessert vielleicht die öffentliche Ordnung ein bisschen. Und, äh, dann können wir was bauen hier in der Gegend. Viel Geld haben wir ja nicht mehr, um was zu bauen. Deshalb geht in der Runde wohl nichts mehr. Aber, ich würde sagen, wir gehen mal in die nächste Runde. So, die Kartaker sind schon fleißig am werkeln. Ansonsten von Ägypten und so weiter sind wir nichts. Sparta versucht sich ein bisschen auszubreiten in Griechenland, wie es aussieht. Die Truskische Liga hat ja einige Schiffe da vor Ort. Vor unseren Küsten. Hm, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Auch wenn ich die Bewegungen der Schiffe nicht so ganz verstehe. So, und die ganzen anderen Völker kennen wir ja noch gar nicht. Die werden ganz schnell geladen. Wunderbar. Ja. Obwohl das ja in Rom 1 wesentlich schneller ging. Also irgendwas ist da schon komisch, dass das so lange dauert. Naja, ich hab keine Ahnung vom Drucker. So. Postumia Skapula. Euer versteckter Agent wurde von ausländischen Kräften entdeckt. Er ist nun Aktionen gegnerischer Agenten gegenüber ausgeliefert. Und hier haben wir Untertan erlangt all Bekanntheit. Bursius Octavius Curio. Äh, hat jetzt Ruhm bekommen. Okay. In Italien ist die Bevölkerung gesorgt. Der Haushalt hat sich erweitert hier. Äh, 5 Moral für alle Einheiten. Hei, hei, hei. Das müssen wir unbedingt nehmen. Äh, Rüstung für alle Einheiten. Okay. Hier haben wir die Hastati ausgebildet. Eigenschaft erhalten. Plus 1 List. Minus 1 Gravitas pro Runde. Okay. Ähm. Haushalt hat sich erweitert hier. Okay. Geschoss reicht weiter. Geschoss reicht. Ich erwarte eure Befehle. Ach, das ist sehr schön. Ich kann rekrutieren und sofort weiterrücken. Wunderbar. Auf nach Ligurien. Ich erwarte weitere Befehle. Mir doch egal. Nächste Runde soll Genua fallen. So. Gleichzeitig. Können wir mal hier das schließen. Und uns überlegen, was wir jetzt noch bauen wollen. Wir haben ja jetzt gerade ein bisschen Geld drin. So. Der Schrein des Neptun, den könnten wir zum Tempel des Neptun ausbauen. Äh. Lateinische Kultur wird ja verbreitet. Öffentliche Ordnung. Ja. Das ist aber eigentlich ein bisschen bescheuert. Ich bin doch hier schon in Latein. Äh, in Latimia. Also in Rom. Im Endeffekt, woran muss ich da eigentlich äh, Kultur verbreiten, na gut. Äh, aber Wohlstand. Schiffsbau. Ja. Hm. Bin ich eigentlich nicht so zufrieden, was ich da gebaut hab. Schiffsbauer, großer Hafen. Seehandel wäre dadurch gestärkt. Ja. Brauche ich aber alles eigentlich auch nicht so unbedingt. Ähm. Wie sieht's in Arminium aus? Hier könnte ich doch mal was machen. Schiffsmäßig. Der große Hafen könnte mir hier sicherlich helfen. Für den Wohlstand. Überfall-Hemiola, ja. Hm. Ja, warum nicht, oder? Kann man ja mal bauen. So, dann haben wir immer noch Geld übrig. Aber wir müssen das ja eigentlich alles nicht rausschmeißen. Schauen wir mal, was wir davon hier unten investieren können. Dort haben wir jetzt die Vorstadt fertig. Und könnten jetzt leider nicht mehr den Amphorenmacher bauen. Ähm. Aber wir können den Ziegelbrenner bauen. Ja, der ist eigentlich auch ganz nett. Bauen wir doch mal den Ziegelbrenner, oder? Gut. Wunderbar. Dann haben wir das auch erledigt. Ich weiß halt jetzt leider nicht, wo diese doofe Armee sich rumtreibt. Der Hunger nach einer Schlacht. Muss ich jetzt hier wieder mal scouten? Das ist unmöglich. War das alles? Aber ich finde einfach diese, diese etruskische Flotte oder die Armee nicht, die dort gelandet war. Na gut. Und dann geht's wieder in die nächste Runde. Sparta rückt wieder vor. Wunderbar. Athen macht auch so ein bisschen was. Athena ist ja eine Riesenstadt. Eieiei. Neapolis wird anscheinend belagert von einer kleinen Miniflotte. Die wollen mich ja auch verarschen, oder? Ja. Neapolis wird belagert. So ein Schwachsinn von so einem kleinen Selbstmordkommando. Aber es ist halt echt effektiv, weil ich nichts machen kann dagegen. Auch wenn ich das locker zurückschlagen würde. Ich kann im Moment nichts dagegen tun. Das ist echt nervig, sowas. Na gut. Ich würde es wahrscheinlich auch machen, um meinen Gegner zu schwächen. Dennoch. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ausbildungsreform. Forschung abgeschlossen. Wunderbar. Lavia Vatia hat Schande bekommen. Okay. Auch wenn ich nicht verstehe, wovon das abhängt. Äh. Haruspex hier. Plus eins Autorität. Den schicken wir mal in die Gruppe. Äh. Grundenerholung von Wunden. Quatsch. In die Gruppe. Schicken. So. Syrakus ist mit Epirus im Krieg. Und hier müssen wir jetzt schauen, was wir gegen diese doofen Flotten machen. Stark können die ja nicht sein. Auch wenn da ein Admiral dabei ist. Ich erwarte eure Befehle. An Bord. Schicken wir mal unsere kleine Armee. Vor Ankergeld. Und mit der können wir dann nachher angreifen. Die Flotte. Ich hoffe aber nicht, dass das funktioniert. Sonst raste ich aus. Zu euren Dienst. So. Und jetzt geht's auch nach Genua. Krieg erklärt. An die Murien. Sie werden niederkauern vor der Macht. Jetzt wird die Murien fallen. Oh mein Gott. Das sind da viele Armeen. Also erstmal die Garnisonsarmee ist riesig. Keltische Stammeskrieger en masse. Keltische Plänkler. Keltische Steinschleuderer. Dann hier noch anderes Plänkler. Zenorix. Der General. Das sind Altgeschworene hier. Und hier haben wir dann auch nochmal eine Grasse Armee. Wir haben allerdings eine Menge Hastati. Wird auf jeden Fall eine tolle Schlacht. Eine interessante Schlacht. Garnisonsarmee. Garnisonsflotte. Der Aufruhr. Hei hei hei. Aber wir haben ja auch Hastati. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Hastati. Also wenn die das nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Das muss doch zu machen sein. Genua 265 vor Christus. Rom hat eine Invasion in Ligurien begonnen. Aber ob sie von Erfolg gekrönt sein wird, das bleibt abzuwarten. Starten wir mal die Aufstellungsphase und schauen uns an, was wir hier erobern müssen. Also dort müssen wir hin. Dann wäre eigentlich der schnellste Weg hier links rum. Stellen wir mal unsere Armeen auf. Gleichzeitig kann ich ja meine Fernkämpfer mal ein bisschen daneben stellen. Den General mal in die Mitte. Und dann geht's los. Wir sollten halt auch hier die Flotte aufhalten, während sie noch an Land gehen. Und weil es halt öfter mal gefragt wurde. Ihr klickt auf einer Einheit und klickt dann hier unten links. Oder ihr drückt Einfügen einfach. Dann passiert das. Und wenn es came, kommt ihr wieder raus. Also das ist diese Gefechtskamera, mit der man den Leuten über die Schulter schauen kann. Die ja im Vorfeld so angepriesen wurde. Also nur für alle, die das nicht wussten. Mit Einfügen geht das. Mit der EINFG-Taste. Ist über Entfernen. Hier sind die Truppen schon gelandet, glaube ich. Wir sehen sie nur leider gerade nicht. Sieht ja aus wie so ein Wikingerschiff. Ja, jetzt sehen wir sie auch. Adelssperrkämpfer, Stammeskrieger und so weiter. Die ganze Armee. Aber hier haben wir jetzt eine recht breite Front zum Kämpfen. Das ist ganz gut für unsere Astati. Glaube ich. Weil wir doch recht viele dabei haben, wie man hier sieht. Aber schaut euch das mal an. So viele Truppen. So viele Truppen. Unglaublich. Stellen wir uns mal so auf. Und dann jetzt geben wir auch schon den Charge gegen den Lenkler. Das kann uns hier nicht erlauben. Uns hier jetzt aufzuhalten. Wir müssen da jetzt wirklich rein in den Feind. So, gleichzeitig. Hagel ist jetzt natürlich hier Angriffe auf uns. Halt die aus. Astati. Nahkampf-Infanterie bereit. So, unsere Nahkampf-Infanterie ist jetzt schon im Kampf. Unsere Fernkämpfer folgen nach. Jetzt aktivieren wir mal auf breiter Front die Peitsche. Ich hoffe mal, dass wir hier durchbrechen mit unserer Armee. Ei, 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 ei. Was für ein Krampf. Gehen wir mal mit der Kavallerie jetzt in die Plänkler. Kann ja nicht sein, dass wir uns hier so zusetzen dürfen. So, hier werden die Einheiten jetzt nochmal vollends vertrieben, hoffentlich. Auch die keltischen Stammesträger hier müssen noch gemetzelt werden. So, wunderbar. Und dann gehen wir in den Charge gegen die nächste Welle der Feinde. So, unser General kann dann gleich in die Flanke fallen. Perfekt. So, neuen Aufschwung gebe ich mir mal selber. Gleichzeitig ein bisschen Kriegsschrei auf den Feind. Die Fernkämpfer können ein bisschen nachrücken. Jetzt geht es dann in den Angriff gegen den nächsten Einheiten des Feindes. Wobei unser General sich doch ein bisschen zurückhalten sollte jetzt. Nicht, dass wir den noch verlieren hier. Unsere Astate kämpfen sich aber sehr, sehr gut durch. Das muss man ihm lassen. Bald können wir wieder die Peitsche aktivieren. In 37 Sekunden. So. Einfach durchziehen. Durchziehen. Da müssen wir jetzt rein. Komm, das muss schnell gehen. Wir haben einen Siegpunkt verloren. Wo denn? Wird bei uns hier ein Siegpunkt erobert gerade? Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Ich glaube, der Feind hat eher einen Siegpunkt verloren. Doofer Berater. So, die Fernkämpfer. Könnt ihr euch nicht hier am Kai aufstellen, ne? Das ist doch mal doof. So, ein bisschen neuen Aufschwung. Ein bisschen Kriegsschrei auf den Feind hauen. Bisschen in den Nahkampf gehen, würde ich sagen. Und zwar mit der Peitsche. Und jetzt kämpft euch durch, Astate. Kämpft euch durch. Mutige Römer bis zum letzten Römer. Sieht aber ganz gut aus, muss ich sagen. Sieht auch ganz gut aus. Und jetzt ist halt die Elite des Feindes da. Jetzt gibt der Feind nicht mehr so schnell auf. Jetzt flieht er auch nicht. Jetzt befindet er sich nämlich in seinem Kreis und kämpft bis zum Tod. Und das ist natürlich schlecht, weil jetzt die Fernkämpfer ordentlich Schaden austeilen können. Aber was soll's. Das sind wir in unserer Benitez mal vor. Unser General muss mal mithelfen jetzt. Wir müssen den Feind doch brechen können. Kurzschwerter, kommt schon. Ihr könnt doch mal ein bisschen Angst bekommen, oder? Auf geht's. Kriegsschrei auf die Kurzschwerter. Ja, wobei unseren Astate geht's gerade nicht so prächtig. Gebt ihnen Feuer! Schießen wir mal auf die keltischen Stammenskrieger hier. Die sind nur noch 37. Kommt schon, das packt ihr, Benitez. Kommt sie weg. Ja, sieht gut aus. Dadurch brechen wir ordentlich die Moral. Gleichzeitig legen hier Altgeschworene an. Bis dahin sollten wir hier wirklich durchbrechen. Aber es sieht nicht gut aus. In 25 Sekunden können wir wieder Kriegsschrei, beziehungsweise die Peitsche aktivieren. Den feindlichen General haben wir schon mal gekriegt. Sehr gut. Die Velites sollten eigentlich nicht in den Einkauf. Ich weiß nicht, was die da gerade vorhaben. Wahrscheinlich verfolgen die gerade auch eine Einheit. Wo kann ich denn hier Defensivmodus anmachen? Gar nicht. Super. Gegen Kurzschwerter solltet ihr mal vorgehen. Neuen Aufschwung aktivieren. Kriegsschrei aktivieren. Gegen die Kurzschwerter. Eure Befehle? Und in den Charge gehen bitte. Da kommen jetzt die Altgeschworenen in den Kampf. Und das passt uns natürlich jetzt überhaupt nicht. Denn unsere Einheiten sind wirklich jetzt langsam am Ende ihrer Kräfte. Peitsche kann vielleicht nochmal was retten. Und wir können mal gegen die Steinschleuderer mit der Kavallerie vorgehen. Mit unserem General. Der rast da jetzt rein. Jawohl. Ich glaube, das führt zu einer kleinen, kleinen Massenpanik. Beim Feind. Kurzschwerter kämpfen auch nicht mehr so gerne. Unser General ist gefallen. Oh, unser General ist gefallen. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht für den Verlauf des Kampfes. Jetzt gegen die Altgeschworenen. Kommt schon. Das müsst ihr doch noch packen. Das müsst ihr doch noch packen. Kommt schon. Gegen die Altgeschworenen. Die müsst ihr jetzt noch dezimieren. Dann habt ihr die Schacht gewonnen. Das packt ihr, Römer. Das packt ihr. Legatus. Sieh rückt vor. Unser General hat sich wirklich geopfert hier. Damit wir Genua kriegen. Die Altgeschworenen fliehen. Jawohl. Die Altgeschworenen fliehen. Die Römer haben gesiegt. Die Männer wanken. Die Männer wanken nicht. Die Männer haben gewonnen. Da wankt doch keiner mehr. So doof kann man gar nicht sein. So. Wir haben das Gefecht gewonnen und beenden es damit auch. Knapper Sieg für uns. Wobei so knapp ist das jetzt gar nicht. Verluste 500 von 1600 aufgestellten Männern. Nur leider ist unser General halt bei drauf gegangen. Hat aber 125 Kills gemacht. Und seht euch das an. 200 Kills. 150 Kills. 180. 150. 120. 100. 100. 116. 115. Richtig viele Kills haben wir gemacht. Und ein edler Tod ist eingetreten. Nur dank des Einsatzes dieses Generals konnten wir die Eingeschworenen rechtzeitig vertreiben und haben damit Genua für Rom erobert. ihm gebührt unser Dank. Für seinen heldenhaften Einsatz. Lucius Julius Libo. Dieser wahre Held Rom ist einem tapferen Tod gestorben, während er für das Volk kämpft. Ehrt ihn. Das werden wir. Wir werden ihn ehren. Keine Sorge. Besetzen. Wollen wir gehen mal. Und jetzt brauchen wir einen neuen General. Versteht sich? So, wer ist denn dafür am geeignetsten? Uiuiui. Der hier hat 5,5. Aber wenig auf Autorität. Dafür ganz viel auf Geheimaktion und Hingabe. Hm. Quintus Cornelius Bassus. Aber das ist auch ein Staatsmann. Dem wollen wir das nicht aufhalsen. Hier ist eigentlich der beste Anwärter. Haus der Cornelia. Servius Vagnius Balbus. Da könnten wir die Cornelia ein bisschen zu Ruhm führen, leider. Lucius Papirius Cursor. Staatsmann. Oder wir nehmen hier Sextus Sensius Cursor. Haus der Julia. Ja. Dann sind wir unter Senatoren uns aber nicht mehr so wohlgesonnen. Haus der Julia ein Staatsmann. Ja. Hm. Nehmen wir bitte die Cornelia hier. Ich möchte einfach jetzt... Ich brauche wieder Kavalerie natürlich. Auch wenn wir sie dadurch stärken. Tut es mir leid. Aber wir brauchen jetzt einen guten General hier. Der die Sache übernimmt. Und der ist gut. Jetzt müssen wir halt schauen. Wie kriegen wir die Einheiten rechtzeitig wieder reinforced? Einheiten rekrutieren geht hier gerade gar nicht. Interessant. Wie sieht es denn in Genua eigentlich aus? Können wir da was bauen? Nein, da müssen wir alles umbauen, auflösen. Äh, bauen wir doch mal ein römisches Dorf. Auflösen könnte ich es hier zumindest mal schon mal. Ja, die aktuelle Auswahl wird abgerissen, würde ich sagen. Auch hier abreißen. Wir machen daraus ein römisches Dorf und wir speichern natürlich. So. Wunderbar. Speichern erfolgreich. Spiel fortsetzen natürlich. Und dann würde ich sagen, wie ist das fast mit dieser Runde gewesen? Es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre. Rumpf. Den nächsten wollen wir Neapolis befreien. Vor diesen doofen Etruskern. Und wenn sich Genua einigermaßen beruhigt hat, können wir hier nach Alalia gehen und, äh, ja. Sardinia et Corsica ein bisschen uns einverleiben. Zumindest erstmal Corsica. Sardinien. Zum Erschauen, wie das mit Kerales läuft. Wie das mit den Kartagern im Allgemeinen läuft. Auf jeden Fall haben wir hier Medlern und Patavium. Zwei große, große Städte. Äh, die natürlich schwer zu erobern sein werden. Aber Genua war auch nicht so leicht zu kriegen. Und wir haben es geschafft mit unseren starken Hassdaten. Zu euren Diensten. Äh, ja. Das braucht hier ungefähr zwei Runden sowieso. Bis die Einheiten alle wieder vollständig verstärkt sind. Von daher. Würde ich sagen. Reicht das aus. Äh, das wäre es mit der Folge gewesen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Schreibt wieder schön was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer General Pilofas.